Hallo, ich bin's mal wieder, euer Master von Airsoft Imadler und heute mache ich das Review von meinem neuen Colt M1911R1. Dieser Colt wurde von Software Sector für 24,95 Euro gekauft. An der Verpackung hat man verschiedene Bilder und Warnhinweise in allen Sprachen. Und an der Vorderseite ist sehr viel beschrieben. Der Importeur von dieser Airsoft ist CyberGon. Hier steht noch HPA, Heavy Powerful Accurate Series, Metal Slide und Powerful New Pump, Metal Slide und Bugs Hopup System. Und hier noch dieser Sticker von Software Sector, dass dies die Version für BAD ist, wo die Energie unter 1,5 Joule ist. Und, ja, wenn man die Verpackung öffnet, sieht man gleich diese Beschreibung, die mitgeliefert wurde. Dies ist sehr gut beschrieben. Und an der Innenseite Warnhinweise. Die Airsoft wird in diesen Styropor verpackt. Mitgeliefert wurden ein paar Plastikkugeln. Und natürlich der Colt selbst. Ein sehr schönes Marken ist am Schlitten oben. Und darunter ist noch eine Seriennummer eingraviert. An den Griffschalen hat man auch ein Colt-Logo mit einem Pferd. Und an der anderen Seite ist hier Series 80 und hier unten KWC Made in Taiwan. Dieser Schlitten der Airsoft oben ist komplett aus Metall. Fühlt sich sehr, sehr kalt an. Und der Rest dieser Airsoft ist größtenteils als aus ABS-Kunststoff. Die Griffschalen jedoch sind etwas gummiert. Um das Magazin rauszunehmen, ist wie bei jeder Pistole, dieser Magazinauswurfknopf. Und dann wird das Magazin regelrecht herausgeschossen. Ins Magazin passen ca. 12 Schuss. Um das Magazin zu laden, die Feder nach unten ziehen. BBs befüllen. Und wenn man das Magazin wieder hineinsteckt, löst sich die Feder von selbst. Beim Aufziehen wird dieses Teil hier mitbewegt. Wie man das jetzt nennt, weiß ich nicht. Irgendwie Hammer oder so. Jedoch muss man vorher die Sicherung lösen. Das geht ganz einfach mit dem Daumen, indem man dieses Teil runterdrückt. Wenn die Sicherung drin ist, lässt sich der Abzug nicht betätigen und man kann auch nicht aufziehen. Weil die Sicherung gelöst ist, kann man aufziehen. Wo leider kein Hülsenauswurf-Fenster sich öffnet. Das finde ich schade, aber ja. Und der Hammer da bleibt hinten hängen. Der löst sich erst dann, wenn man abdrückt. Sehr cooles Feature. Man kann diesen Hammer auch einfach so runterdrücken und kann es tun, als wären die Patronen verschossen. Die Airsoft ist wirklich sehr, sehr toll verarbeitet. Das obere Teil der Schlitten ist komplett aus schwerem Metall. Dadurch bringt die Airsoft auch ein gutes Gewicht auf die Waage. Ja, der ABS-Kunststoff sieht auch sehr toll aus. Keine Grate, Gussnähte oder sonstiges. Die Airsoft hat eine Energie von 71 Meter pro Sekunde. Das entspricht die Grenze von 0,5 Joule. Und die trifft wirklich auf 50 Meter einen kleinen Baumstamm noch. Also eine wirklich sehr präzise Airsoft. Ein Schusstest wird auch sicher noch folgen. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles gesagt habe. Ja, dann bis zum nächsten Mal.